Mein Name ist Sven Lüttgölter. Ich arbeite seit fünf Jahren bei der Germania Technik. Wir sind verantwortlich für die Wartung von den Flugzeugen der Germania Fluggesellschaft. Das Spannende an der Arbeit, die ich mache, ist ganz klar das Flugzeug selber und die Technik, die dahinter steckt. Um diesen Job zu machen, braucht man ganz klar ein technisches Verständnis, auch ein Interesse für Technik. Und was ich ganz wichtig finde, ist eine sehr gesunde Selbsteinschätzung. Man muss auch selber seine Grenzen haben. Flugzeug ist so ein großes, komplexes Gerät mit so vielen unterschiedlichen Systemen, dass jeder alles zu jeder Zeit weiß. Bis ins letzte Detail ist eigentlich komplett unmöglich. Ich habe meinen Beruf vor 25 Jahren erlernt und es ist und bleibt faszinierend. Ich habe wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht. Germania als Arbeitgeber hat einfach den Vorteil, sie ist noch nicht so groß, dass man als anonyme Nummer irgendwo verschwindet, sondern man ist immer noch Individuo. Die Kommunikation innerhalb der Germania ist einfach gut, also auch zwischen den einzelnen Abteilungen. Man redet miteinander, es haben sich auch viele Freundschaften. Ich komme auch jeden Tag gerne zur Arbeit, weil ich mir einfach für mich selber keinen anderen Job vorstellen könnte. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!